Saranasana ist die Bezeichnung für zwei verschiedene Yoga-Übungen oder zwei Kategorien von Yoga-Übungen. Sarana heißt zum einen Laufen und Gehen und Saranasana zum einen Laufen auf der Stellung. Also Gehen auf der Stellung, Laufen auf der Stelle, das hilft wach zu werden. Manche üben auch Saranasana als Aufwärmübung statt dem Sonnengruß oder in Ergänzung auf dem Sonnengruß. Und wenn du das verbindest, zum Beispiel drei Schritte einatmen, drei Schritte ausatmen, ist es gleichzeitig eine Atemübung. Zweitens heißt Sarana auch Strecken und Dehnen und so ist jede Dehnung und Streckung auch Saranasana. Zum Beispiel kannst du dich nach hinten strecken, eine Form von Saranasana. Zum zweiten kannst du dich nach vorne beugen, auch eine Form von Saranasana. Du könntest auch zum Hund kommen und auch der Hund ist ja ein Dehnen und ein Strecken. Auch die Kobra wäre eine Streckübung, Dehnübung. Also überall da, wo der ganze Körper als Ganzes gedehnt und gestreckt wird, egal ob nach vorne oder nach hinten, ist Saranasana. Auch die sitzende Vorwärtsbeuge wäre Saranasana und andere Stellungen. Also da, wo der ganze Körper gedehnt ist, wäre Sarana. Mehr Informationen über alle Asanas, alle Dehnübungen auf wiki.yoga-vidya.de